Hüt auf! Ich geb jetzt den neuen Krypteinchen in Grammar ab. Wenn das nicht abgeht jetzt. Muss ich mal hier sagen los, Sven. Also die Münzen... Die Schlüsse kann man immer farmen. Ja, anscheinend ja. Also du könntest dich da jetzt mit der Wünsche die richtige Woche vor dir nicht stellen. Glaub mir den Lüft. Zock mal auf die Arena und dann gucken wir mal was die Schlüsse im VR sehen. Dann muss ich da was rausziehen und na das ist irgendein Scheiß. Es gibt keinen Scheiß in dem Spiel. Es gibt nur geiles Zeug. Naja, es kommt vielleicht bei dir an. Ihr habt nur eine Ramsch gekriegt hier grad. Boah, ich hab noch einen legendärischen Gramm dabei. Der holt alles raus. Kryptarch, ich komme. Ich komme, Kryptarch. Warte auf mich. Ich komme. Ich komme gleich wirklich. Gleich gegenüber. Also ganz auf der anderen Seite. Oh, jetzt geht's voll ab. In Grammar. Einmal schon mal nix. Seltsame Münze, lol. Zwei Astenenbruchstücke, nicht den Ernst. Eine alte Rüstung. Einen alten Helm. Funktion ist wichtig, dass das aussieht. Akleophagen-Symbion. Helm in das Licht. Ich habe das hier selbst gesetzt. Heilrüstung. Lichtpartikel. Ja, neue Panzerhandschuhe für den Warlock. Extropimorph. Das wird gar nicht beherrscht. Auf steinem Intro kommen. Seltsame Münze. Seltsame Münze. Seltsame Münze. Ne, hab ich eine neue Waffe. Doch, ne. Doch, ne. Noch mal, Rothand 9 auf 9. Alles neu. Alles neu, Rothand 9. Neue Stiefel. Neue Stiefel. Ich habe hintereinander weg neue Stiefel und neues Dings bekommen. Willst du mich verarschen? Disziplinungsstärke. Nice, Warren. 147. Geil. Ah, die Werte ändern sich auch, Nico. Gell, wenn der Exodin hochkriegt. Die ändern sich. Das wird höher. Heilrüstung 124. Das wird immer weniger bei mir. Ja, ja. Weg damit. Danke. Okay, das kann ich irgendwo weg machen, oder? Ach, behalte ich das mal. Was war das andere? Panzerhandschuhe. Intellektionsstärke. Schnelleres Nachladen mit Handfeuerwaffen. Nachkampftreffer stellen. Granatenergie wieder her. Okay, das ist Standard. Dann habe ich einen alten Helm. Und dann habe ich die hier noch. Aktuelle Fagensymbion mit Disziplin 124. Ich glaube, ich habe einen besseren. Und Helm des Innerstes nichts mit Stärke 121. Auf jeden Fall sehr gute Rolls kriege ich hier. Ich upgrade mal einen Gellhorn auf 365. Oh ne, Waffenteil 25. Ich habe keine Waffenteile mehr. Alter. Rote hat 9 präzise Kills. Mit dieser Waffe verbessern die Nachleiterzeit enorm. Bei Nahkampfkills, wenn diese Waffe ausgerüstet besteht die Chance das Magazin aufzufüllen. Wie geil ist das denn? Leichtgewicht. Geil. Erhöhte Stabilität, reduzierte Magazinkroße. Alter, die hat 99% Stabilität. Aber niedriges, ein kleineres Magazin. Euter. Euter. Leute, ich komme hier gleich. Wirklich. Ich habe auch noch mehr in Gramme. Es geht weiter. Es wird gar nicht mehr auf hier geil zu sein. Wo muss ich jetzt raus? Bestätige verfügbar. Bestätigt. Ist überhaupt noch jemand da? Ja, ich höre dich noch. Aber bei mir kann ich dir das nicht erwarten. Ach, das ist glaube ich kein Wunder, oder? Empfang anerkannt. Jetzt muss ich doch mal irgendwann aus dem Blauen auch noch was ziehen. Erstmal aus einem Posteingang, einem Tresor speichern. Hä, da habe ich schon wieder keinen Platz. Ja, ich habe einen legitäten Sniper bekommen. Leichter Schubser heißt es. Und die Beschreibung. Mit der richtigen Berührung gehen sie alle zu Boden. Oh, das wird Dreck, ey. Alter, ich habe so viel Zeug. Ich blick gar nicht mehr durch, was ich jetzt hier mache. Ich mache mal die Münze in den Tresor. Die Lichtpartikel. Um die... Es geht schon gar nicht mehr. Ich kann mal noch das Zeug abholen von der Petra. Das machen wir auch noch gleich. Jetzt geht erstmal in Gramme ab. Wie läuft weiter. Irgendwann muss man aus dem Blauen ja auch mal was legendäres ziehen. Und ich sag's, Kurfürstenhandschuhe. Wieder Handschuhe für den Warlock. Schneller ist nachher mit einem Pulsgewehr. Nahkampftreffer stellen Granatenenergie wieder her. Alter. Alter, ich blick nicht mehr durch. Du, das kann ich nicht mehr durch. Komm schon, Bretaich. Gib mir. Nicht ein Lichtpartikel. Legendäres Zeug wollen wir. Mist. Ich glaube, Uli hört uns nicht mal. Hä, der ist jetzt zweimal hintereinander rausgegangen. Wie geht denn das? Alter. Alter, ich habe noch Pakete. Ich habe noch Vorhautauszeichnungen. Und noch Schmelzziegelauszeichnungen. Und alles mit mir. Achso, sorry. Ich will zum Poststeller gehen. Poststeller. Acht Pakete habe ich jetzt nochmal. Ich muss doch noch ein bisschen Waffen da in den Dresort packen können, oder? Ne, ich muss es jetzt echt einzeln holen. Wahnsinn. Jetzt verlassen mich alle. Lässt den nicht gespackt ab. Dann machen wir das schnell alleine. Wir müssen hier noch irgendwas jetzt rausziehen. Irgendwas geiles aus diesen Waffeneingramm. Ist wieder da. Ich habe gerade schon wieder aus einem blauen Eingramm Rüstungsteil legendäres bekommen. Und ich habe keinen Platz für irgendwelche Waffen. Jetzt muss ich den Eingramm mal einzeln abgeben. Mist. Ja, hallo. Hörst du dich? Ja, ich höre dich. Möchtest du, dass ich nach Nachrichten suche? Ich bin halt sehr leise, aber... Hören tut man nicht. Hörst du dich nicht? Hörst du dich? Hörst du dich? Hörst du dich? Hörst du dich nicht? Hörst du dich nicht? Ich bin ja einfach nicht. Hörst du dich nicht. Hörst du dich? nicht so nach Leveln. Komm tut er Orbit, komm. Sollte reichen, grad so. So, Schmelzziegel. Mach das mal raus. Ja, das reicht nicht mehr, das war klar. Vorhutpaket. Alter, Lied des Lichts, hast du denn bloß Stück Vorhutauszeichnung? Noch ne Auszeichnung. Ja, okay, das bringt mir jetzt grad nix. Egal. Kryptarch. Legendär ist Ingramm, blau ist Ingramm. Zwei blaue Ingramme. Ruter Orbit. Hast du denn ein Bruststück Schmelzziegel Auszeichnung und seltsame Münze? Omen der Toten 2. Exodes Panzerhandschuhe. Zeltsamünze, Lichtpartikel, Kryptarch, legendäres Ingramm und noch zwei legendären Ingramme. Inventar aktualisiert. Nice one! Ach Mist, ist wieder alles Feuer. Ja, müssen wir erst wieder abgeben. Aha, krasser Scheiß. Schon wieder legendären Ingrammer. Ey, mit Lichtpartikeln werde ich grad zugeschissen ohne Ende. Jawohl, nochmal Panzerhandschuhe. Ich hab drei Panzerhandschuhe für ein Warlock auf DLC 2 Niveau. Und alle unterschiedliche, wenn ich das richtig gesehen hab. Jetzt bin ich in der Lage, mit dem Turm mit einer 27 Möhrer Zögerung zu kommunizieren. Beschädte den Ingrammen. Noch ein legendäres Ingramm. Noch zwei legendären Ingrammen. Ich hab noch ein Spezialwaffen und eine schwere Waffen Ingramm. Das kann ich jetzt beides mitnehmen. Ich muss nur eine Primärwaffe aus dem Dresor holen. Alter, das mit dem Dresor ist doch Quatsch irgendwie. Können wir das nicht anders machen. Jetzt nur ein Spezialwaffen reinlegen und dann kann ich mir das beides rauslegen. Noch drei legendäre Ingramme, glaub ich. Hm, wo ist denn gerade Massen? Er ist irgendwie rausgeflogen. Er ist zweimal neu reingegangen und wieder rausgegangen. Keine Ahnung. Helme Ingramm. Geil, neuer Helm. Extro P-Morph 2. Intellekt 60, Stärke 61, höchstes Nahkampf, Angriffstempo, reduzierte Granaten, Abklingzeit. Da hab ich schon zwei Items. Drei Items? Mir fehlen nur noch Brustpanzer neuer. Dann hab ich komplette Warlock-Gier zusammen. Ich hab leider keine Rüstung mehr. Schweres, legendäres Ingramm. Ich hab einen neuen Raketenwerfer! Die Angst! Ein Kill mit dem letzten Projektil im Magazin verringert die Nachhaltigkeit. Der Killzme ist aber verringert die Abklingzeit deiner Granaten. Das ist schlecht, aber man kann's ja rerollen. Das ist ein extrem schlechter Roll. Ja, das ist extrem schlecht. Aber dann gehen wir zum Waffenmeister gleich noch. Mach mal Revolve Spaß. So, jetzt haben wir noch eine Gramm. Spezialwaffe. Komm bitte auch eine aus dem DLC. Bitte, 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 bitte. Jawoll. Leichter Schubser DLN7. Snipergewehr. Ich hab alle drei Waffen. Und ja! Überschuss! Erhöht die Nachhaltigkeit schon, wie wenn das Magazin leer ist. Nein! Doch! Leeres Schaden. LOL! Geil! Ich will diese Pistole haben, die... Welche? Ich hab zwei. Ich hab komplett ein Set von neuen Waffen. Und fast komplett ein Set von Rüstungsteilen. Alter, willst du mich verarschen? Mir fehlt nur ein Brustpanzer. Und da kann ich Herz des Baxianischen Feuers nehmen. Jetzt geh ich in den Turm und lass den Raketenwaffe rebounden, bis ich da was geschaltet hab. Aber erstmal mach ich jetzt hier, ähm... Gucken wir mal, was ich jetzt noch hier leveln muss. Schmelztiegel. Ich kann Schmelztiegel? Ja, ich hab zwei Schmelztiegel-Auszeichnungen. Ja, das passt. Dann kann ich die Schmelztiegel nochmal upgraden. Okay, und jetzt hab ich was noch? Was kann ich da jetzt noch leveln? Food eigentlich nur. Dann mach mal Food. Ja, Baby! So, Schmelztiegel-Paket. Übertragen. Oh! Lichtpartikel, seltsame Münze. Nicht dein Ernst. Kommunikation bespeichert. Nicht dein Ernst. Ja, das fang nett an dich zu beschweren. Ach. Beschwer mich jetzt. 118 von 7. Ey, was ist da los? 118 von 7. Hey, du witzger. Ja. Ja, Leute. Äh, das war das zweite Ingramme-Video. Ach, warte. Moment mal. Petra hat ja noch was für mich. Petra hat noch was für mich. Mal sehen, was wir da kriegen. Vielleicht auch ein neues Abzeichen. Oh, ich muss kurz Boundies abgeben. Nichts. Nichts. Interprüfe mit Ton. Schicke die Schilder und ein Ton. Lichtpartikel. Okay. Nice one. Schon ein Upgrade für eins von den neuen Teilen. Zwei sogar. Für den Revolver auch schon. Nice one! Gunst der Königin. Wolfjäger. Ja, du kriegst das immer anscheinend. Zehn Geistblüten. Neu. Hab eine erfolgreiche Jagd. Für die Königin. Das Abzeichen sieht schon extrem geil aus. So, jetzt muss ich in den Turm. Wir sehen uns später. Und Petra sehen wir dann auch. Bis dahin. Ciao, ciao.